Hallo und willkommen zurück meine lieben Rollenspieler und Zwergefreunde zu Drackensang, das Auge der Göttin. Ja... Wir sind in Talon und sollen dort ja Rauschkrauthändlern auf den Zahn füllen. Nachdem wir jetzt von unserem lieben Räumen hier gehört haben, dass unsere Kräuterfrau hier tatsächlich mit Rauschkrauth handelt, stellen wir sie mal zur Rede. Ihr schon wieder? Wollt ihr Kräuter kaufen oder mich weiterer Umtaten bezichtigen? Ich habe gerade mit Räumen von Sammingen gesprochen. Er hat zugegeben, dass sie ihn mit Rauschkrauth beliefert. Was sagt ihr dazu? Er hat was? Der große kleine Verräter. Ihr gebt das also zu? Mir bleibt wohl nichts anderes übrig. Ja, ich verdiene mir ein paar Tokaden dazu, indem ich verwöhnte Edelmänner hin und wieder mit ein wenig Rauschkraut versorge. Das Leben als Kräuterhändlerin ist hart und man kommt kaum über die Runden. Und was habt ihr jetzt vor? Ihr wisst, dass der Handel mit Rauschkraut verboten ist oder bewegt wird, spielt dabei keine Rolle. Ich werde deine Hauptmache wohl in Kenntnis setzen. Ihr wisst, dass der Handel mit Rauschkraut verboten ist, aber ich will noch einmal Gnade vor Recht angehen lassen, und werdet ihr mir bei dem Zwölfenschwert von einem Gottlosen tun und abzulassen. Ja. Sind wir mal freundlich. Ich schwöre bei den Zwölf Göttern, dass ich den Rauschkraut handeln lassen werde. Wir werden sehen. Ich werde mich gelegentlich davon überzeugen. So. Lasse Gnade walten. Klare Worte. Ich habe der Kräuterfrau Pfefferkorn von Räumen von Sammings Aussage berichtet. Sie hatte daraufhin keine andere Wahl, als alles zuzugeben. Ich habe mich geschlossen, noch einmal Gnade vor Recht ergehen zu lassen. Kräuterfrau Pfefferkorn hat mir bei den Zwölf geschworen, vom Rauschkraut-Schmuggel abzulassen. Aber ich habe ihr gesagt, dass ich sie im Auge behalten werde. Mhm. So, dann sprechen wir als nächstes mit dem Hauptmann. Und setzen den mal in Kenntnis. Über die Wahrsagerei halt. Der steht hier hinten. Ach, hier ist der Magister. Stimmt. Da seid ihr ja wieder. Habt ihr die Sanzaro-Paste abgeliefert? Ach nein, noch nicht. Bitte erledigt das zuerst. Ja, okay. Gut, gut, gut. Gorbas Kunde. Der Hauptmann müsste ja hier draußen stehen. Ja, hier ist der Hauptmann von Talon. Rondra zum Gruß. Was führt euch denn wieder nach Talon? Äh, ich führe im Auftrag vom Vogue die Dariale einer Untersuchung über den Rauschkraut-Schmuggel durch. Ich bin Hinweisen gefolgt, die mich nach Talon geführt haben. Rauschkraut-Schmuggel? Und das hier in Talon? Unglaublich. Ja, aber leider ist es wahr. Es hat sich da herausgestellt, dass Magister Gombas regelmäßig Rauschkraut erworben hat. Der Magister? Das hätte ich nie erwartet. Er verhält sich allerdings so, dass es in seinem Fall, das Rauschkraut, weder für den Eigenverzehr noch für einen Weiterverkauf bestimmt ist. Er benötigt eine kleine Menge Discounts als Zutat für Alchemiker. Nun ja, das kann ich natürlich nicht gut heißen. Aber ich denke, dass ich es unter diesen Umständen bei ihm bei einer Verwarnung belassen kann. Das sehe ich auch so. Ich hielt es mir nur für sinnvoll, dass ihr darüber Bescheid wisst. Daran habt ihr wohl gut getan. Ich werde nochmal ein ernstes Wort mit ihm reden. Tut das. Es wird sich wirklich nicht schaden. Ja. Ich habe den Hauptmann erzählt, dass Magister Gombas Rauschkraut erwirbt, um es als archimistische Zusatz zu verwenden. Er ist ebenfalls der Auffassung, dass eine Verwarnung ausreichend ist. Gut. Nee, Katze. Hier sind jede Menge Städter. Äh. Noch eine Katze. Äh. 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 Ja, da ist... Was? Parzellmann? Von Streitzig ist da draußen. Ach, äh. Ihr seid es? Habt ihr die Kunde über meine Heldentaten schon in die Welt hinausgetragen? Oder seid ihr gekommen, weil ihr wieder mal die Hilfe von Parzellmann von Streitzig, dem mächtigen Helden, benötigt? Gilt es, ein Untier zu erschlagen oder eine reißende Bestie zu vernichten? In diesem Falle muss ich euch leider enttäuschen. Zurzeit halten mich wichtige, äh, äh, Dinge von weiteren Heldentaten ab. Nein, nein, ich bin auf der Suche nach einem Kunden von Magister Grombas. Ihr habt ihn nicht zufällig gesehen. Er soll sich in der Nähe aufhalten. Oder soll sich bei diesem Kunden gar um euch handeln? Der Magister schickt euch. In der Tat fühle ich mich momentan etwas unpässlich. Der Magister war so liebenswürdig, eine Medizin zuzubereiten, die meine angeschlagene Gesundheit wiederherstellen soll. Die letzten Heldentaten waren sehr kräftet, Sere. Ja, das glauben wir dir aufs Wort. Eigentlich braucht die Welt wackere Recken wie mich, die durch die Lande ziehen und den einfachen Menschen gegen Ungeheuer beistehen. Habt ihr die Medizin dabei? Der Magister gab mir ein Tegelchen mit Zanzau-Paste. Diese wird aber doch beim Parasitenbefall aufgetragen. Da wird sich der Magister sicherlich geirrt haben und euch was Falsches erzählt haben. Parzalon von streitig und ungeziefer. Unglaublich. Das Tegelchen wird ganz bestimmt etwas anderes enthalten. Wenn ihr es mir jetzt geben würdet... Ich weiß nicht. Was, wenn sich Magister Gorbas nicht geirrt hat, dass die hier tatsächlich so eine Sauer-Paste enthält? Womöglich würde das eure bereits angeschlankte Gesundheit noch weiter beeinträchtigen. Ich bitte euch. Magister Gorbas ist ein erfahrener Alchemist. Er wird sich auf gar keinen Fall geirrt haben. Jetzt gebt mir doch endlich das Tegelchen. Tegelchen. Ach, Herr Fahner, ich müsste mir gehen mitunter Fehler. Ich möchte euren Tod aufgrund einer falschen Medizin nicht auf dem Gewissen haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dem Magister wird bestimmt kein Fehler bei der Herstellung unterlaufen sein. Wenn ich jetzt das Tegelchen haben könnte... Hm, vielleicht soll ich besser noch einmal in die Stadt zurückkehren und mit Magister Gorbas sprechen, um ganz sicher zu sein, dass ich euch nicht doch die falsche Medizin gebe. Das wird nicht nötig sein. Ganz sicher nicht. Also gebt mir doch jetzt endlich das Tegelchen. Na gut, wenn ihr es möglich haben wollt, damit beklagt euch nicht, wenn es die falsche Medizin ist. Hier bitte. Endlich. Hab Dank. Ich muss jetzt schleunigst weiter. Neue Heldentaten warten auf mich. Eine gute Besserung. Quest Sansaro-Paste ist abgeschlossen. Der Kunde puppte sich als Parzellon von Streizig, ja. Magister Gorbas hat mir angeboten, auch für mich die Kunst der Cap Nomanty anzuwenden und einen Blick in die Zukunft zu werfen. Ich habe sein Angebot angenommen. Ich soll ihn später an seinem Haus treffen. Jo, dann geht's jetzt zu dem. Mal gucken, was er in meiner Zukunft sieht. Hoffentlich einen schönen Sessel und vieles dunkles Zwergenbier. Ich meine, was Geld angeht, hätten wir für eine ganze Weile ausgesorgt. Was ist das? Undy-dum-de-dum. Ah, jetzt hat er eine Feuerschale entfacht. Gut. Dann gucken wir mal. Da seid ihr ja wieder. Habt ihr die Sanzaro-Paste abgeliefert? Ja, ich habe mit Panzerlumpen von Streitig die Paste gebracht. Wunderbar. Dann lasst uns beginnen. Okay. Ich habe den Magister aufgesucht. Er hat ein Ritual, der Kampfnummer tief für mich ausgeführt. Weil da war das Ergebnis, so ist das mysteriös. Dann gucken wir mal. Hört. Es wird kommen der Tag, da der dunkle Streiter sich aufmacht, Unheil zu bringen über den Kosch. Er wird verlassen, die Schatten zu suchen, den Kelch und die Jungfrau. Schwarzpelz und Rotpelz in seinem Gefolge aufrechte Streiter des Guten zu vernichten. Wenn die Jünger des Greifen zu seinen Opfern zählen und die Seelen der Toten in der dritten Sphäre wandeln, wird sich nähern die Nacht der Verdammnis, wenn das Moor der Verzweiflung seine Opfer ausspeit und der Bote der Sonne das Dunkel betritt. Sei bereit, tapferer Recke, zu wehren das Böse. Wenn das Auge der Götten den Widersacher der Echsen erblickt, wird der Tag der Entscheidung gekommen sein. Ob Licht oder Dunkel, wird zeigen der Weg des Kämpen der Drachen. Äh, gut. So, mehr kann ich nicht erkennen. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Ja, dann bin ich mir nicht sicher. Es fang alles sehr mysteriös, was ihr in dem Rauch gesehen habt. Oh, hier ist die Schrift nicht richtig. Das wundert mich nicht. Bei Prophezeiungen ist es fast immer so. Könnt ihr mir denn vielleicht bei der Deutung behilflich sein? Ich fürchte nicht. Während der Prophezeiung befinde ich mich in Trance und kann mich an das Gesagte kaum erinnern. Die Bedeutung zu ergründen obliegt allein euch. Aber ihr solltet euch nicht allzu sehr den Kopf deswegen zerbrechen. Die Zeit wird euch sicher die Erkenntnis bringen. Vermutig habt ihr recht. Vielen Dank und auf bald, werter Magister. So. Die Prophezeiung. Die Prophezeiung von Magister Gorbas. Hörendes, willkommen der Tag, da der dunkle Streiter sich aufmacht, Unheil zu bringen über den Kosch. Also, irgendein dunkler Streiter wird kommen. Wahrscheinlich versucht dieser Einäugige den wiederzubeleben. Er wird verlassen die Schatten und suchen den Kelch und die Jungfrau. Ja, Jungfrauen hat er zwei schon. Kelch ist die Frage. Schwarz Pelz und Rot Pelz in seinem Gefolge aufrechte Streiter des Guten zu vernichten. Also, er wird mit Orks und Goblins anrücken, um uns zu töten. Wenn die Jünger des Greifens zu seinen Opfern zählen und die Seelen der Ton in der dritten Sphäre wandeln, wird sich nähern die Nacht der Verdammnis. Okay, daraus kann ich mir keinen Reimen machen gerade. Wenn das Wort der Verzweiflung seine Opfer ausspaltet und der Bote der Sonne das Dunkel betritt, sei Tapfer, Recke, zu wehren das Böse. Also, wenn Moorbrück wieder Untote aufstehen, muss ich ins Dunkel gehen, oder wie? Wenn das Sorge der Göttin den Widersacher der Ängsten erblickt, wird der Tag der Entscheidung gekommen sein. Ob Licht oder Dunkel, wird zeigen der Weg des Kämpens der Drachen. Also, der Kämpen der Drachen bin ja ich. Was ist oder ein Ah, jetzt möchte ich zum Rattelshof, bitte. Und gebt den Trollen ihr Zeug, damit sie umziehen. Dummdi-Dumm. Ah, ja, okay. Ja, okay. 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 Okay.